Das ist auch immer so im Bett, wenn die dann anfängt runter zu zählen, dann komme ich und dann drei, zwei, eins und dann geht es halt voll ins Gesicht. Immer, jeder, ich habe Probleme. Ist das bei dir auch so grün wie da gerade? Ja, na, hä? Ist das nicht normal? Ja, ich gehe normal. Doch, siehst du, Drehversammt auch, das ist normal. Das ist normal bei uns, wenn es aus der Banane kommt. Okay. So, ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Garten. Wofür, Gartenkupper und Plans vs. Zombies mit Fresh Friends? Hallo. Wurschtekor? Hi. Und Trefion? Hi. Das ist so ein Zuckersilzerkleiner. Ja, ne? Wir lasst euch dann mal alleine und jetzt im Bonusgarten. Ich komm mit, ich komm mit. Das ist eine für mich neue Map, die es schon seit, ich habe gehört, 1937 gibt, aber ich war noch nicht einmal hier. Oh, meine Webcam verdeckt unsere Namen. Moment. Oh mein Gott. Das geht ja gar nicht. Nein. Es wäre gerechter, wenn unsere Namen deine Webcam verdecken würden. Ja, schon. Also, wäre auch schöner für die Zuschauer, aber... Au. Das hast du jetzt gesagt. Was ist hier eigentlich passiert? Kann mir das jemand sagen? Ähm, das war so am Himmel, so... Und dann war... Und dann... Und dann... Ja. Cool. Ähm. Ah. Ah. Verdeckt immer noch den Namen. Jetzt, das ergibt alles Sinn. Das ergibt jetzt alles Sinn. Pack das doch über deine Lebenspunkte. Genau. Also, das ist immer, das ist sowieso immer das Beste. Das verlangen auch immer alle Leute, damit man nichts sieht. Ich meine, ich war formatfüllend einfach. Einfach oder nur deine Webcam. Ja. Was ist das? Das habe ich schon bei Let's Playern gesehen und die hatten dann so klein das Bild eingeblendet. Weil Livestreams siehst du es ja häufiger. Besonders bei Frauen. Ja. Einfach Webcam und Spiel tauschen. Kleine Briefmarke da unten, so das Spiel und der Rest Webcam. Muss man irgendwann mal bringen. Ey, das mache ich aber bei The Crew. Dann spiele ich einfach so. Ja, hallo Leute, ich bin's Kevin. Ne? Ich habe gedacht, ich mache mal eine neue Webcam. Ey, guck mal, die haben voll HD und so. Ne? Nur ich bin leider nicht HD. Guck mal, was ist denn... Warum ist denn hier so ein lachender Zombie? Kann denn jemand mal kaputt machen? Was? Nein. Oh. Ja, nee, das ist... Hahaha. Aber der... Ja, das ist Mr. Zombos. Geht nicht. Mr. Thumb. Schade. Boah, die Knöpfe sind verwirrend. Ach, war das... War das ein Zombie-Mutterschiff oder was? Ja, das war, ähm, das war so ein... Diese Gigantua-Zombos, die, ähm... Die, die... Ich glaube, der hat doch bei Plants vs. Zombies ganz zum Schluss, ähm, den Angriff geleitet mit so einem gigantischen Riesenroboter-Zombos-Teilen. Ja. Und ich glaube, das ist der, der hier runter vom Himmel geklatscht ist. Abgefahren. Hier, ne? Wusstet ihr übrigens, dass Dangerous-Mut übrigens auch kleine Kätzchen sind? Oh. Man darf keine Kätzchen mitnehmen, weil die sind echt gefährlich. Und keine Möhren. Und keine Handys. Keine Möhren. Ne, ne, keine Möhren, die man schneiden kann. Harte Möhren. Achso, warte. Ähm... Wollen wir den Garten mal aufbauen? Ja, ja. Ach, du musst mal den Garten aufbauen. Ja, Mensch. Wie hier gibt's so Gärten? Ich geh wieder. Ich dachte, das ist ein... Ich dachte, das ist ein RPG-Adventure. Das ist Rollenspiel und so. Wo sind die Drachen? Wo sind die Drachen? Hallo? Drüber kinden. Drüber kinden. Moment. Das hab ich auch gerade gedacht. Ich hab letztes Mal gepflanzt. Ich pflanze heute nicht. Okay, dann setz ich meinen Fuß da rein. Fuß... ... 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 Was soll das? Wer macht denn das? Aber es gibt keine neuen Pflanzen, die man irgendwie... Nee, über Weihnachten gab es ein paar Specials. Da gibt es Bratenzongies. Boah, der Bratenzongie ist voll geil, ja. Da kriege ich immer Hunger, wenn ihr da kriegt. Ich bin der, der Hunger hat. Ich bin Graf Schnappula. Ich habe das nämlich irgendwann mal versprochen, vor 100 Jahren, habe ich versprochen, dass ich Graf Schnappula spiele. Sehr gut. Und seitdem ist in jeder... unter jeder Folge hat derjenige, diejenige geschrieben, ey, du wolltest doch Graf Schnappula spielen. Jetzt spiele ich Graf Schnappula und es wird schrecklich. Und wir alle wissen das, aber... Aber du heilst dich, wenn du was tötest. Die kommen bei meiner Seite so manche Böse. Fressen! Auffressen! Der Bass wieder, ey. Der Bass-Drop bei mir ist immer voll gut. Bass-Drop! Ja, ich habe das halt auf diese Horror-Sounds gestellt. Deswegen habe ich halt diesen unglaublichen Bass. Aber ich mag das Spiel so mit dem Bass. Ich finde das super. Es kommt viel mehr Atmosphäre rüber. Das ist halt dann einfach nicht so Piu-Piu-Piu so... Ey, hast du was gegen meinen Piu-Piu oder was? Ne, aber du bist ja auch... Piu-Piu ist voll lame. Ja, get real. Get real, baby. Oh, die geht das zu viel... Ich habe keine Pante-Kaputte-Macht! Eine Panthe-Kaputte-Part. Oh nein! Alles nur noch mit Pee. Panthe-Papupup-Part. Wolle ich wie Peil? Oder so ähnlich. Peilen? Peilen? Peil dich mal. Geil. Peilpich. Peilpichart. Ne, Peilpichpart. Man kann die Sitzel damit komplett verfälschen. Oh, das ist ein Scharfschütze. Ich bin Farfpüpfle. Oh, wo ist der Scharfschütze? Farfpüpfle. Es gibt noch keinen, ne? Wankträger stirbt. Oh, der beschleunigt alle, ne? Das ist so ein freches Miststück. Aber geht auch schnell kaputt. Oh, da ist ein Soldat. Komm her, du Stück. Ja, jetzt schon ein Soldat. Weil wir bestimmt den Bonusgarten gehabt haben. Wir haben mich auf verrückt gestellt. Wo ist denn der? Ich weiß gar nicht, auf welche Schwierigkeitsgrufe ich gestellt habe. Ich glaube, es ist normal. Ey, wir haben aber neulich doch ein Normalmatch verloren. War da nicht was? Ja, nein. Ach so, stimmt. Das war ja nie passiert. Wir hatten ja uns geeinigt. Es gibt auch keinen Videobeweis auf irgendeiner Videoplattform. YouPorn. Genau da. Ja, da müssen die beiden anderen Folgen von vorhin landen. Aber schon wieder bumsen. Ja, nein. Oh, Hotklinge. Vor allem auch keinen Gruppenbumsen. Nee, nee, schon gar keinen Gruppenbumsen haben wir gar nicht gemacht. Das ist auch gar nicht on-screen oder sowas. Ich glaube, ich esse den einfach auf. Gut, Nola. Danke. Au. Nom 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 nom. Okay. Warum? Ich bin ja die Weak-Blume. Ich sollte ja ein bisschen auf mich aufpassen. No, Memo. Heil dich. Ach, Quatsch. Bei Soldaten. Sogar schlau. Da hinter uns ist auf anderer Seite. Ich darf Hotling. Nee, ich geh dahin. Geil, machst du kaputt, Mann. Machst du kaputt. Ich mach jetzt erstmal die Soldaten kaputt hier. Die gehen mir auf den Sack. Bin ich gut. Ich treff grad nix. Ja, der geht aber vor die Unlogische weg. Junge. Wo ist hier los? Harte Scheiße, Mann. Ich bin echt tot. Äh, nicht gut. Mama me. Hilfe. Mama me. Mach die mal weg da. Ja, ich... Wo sind die? Scheiße, da drüben kommt der Hotling. Hier, da ist... Oh, der ist jetzt hoch. Der ist jetzt hoch. Da springt der? Ich fress ihn einfach auf. Oh, durch die Blumenrohr. Oh, das ging sogar. Ich hab ihn aufgefressen. What? Ja, warum denn nicht? Oh Gott. Ja, ich hab ganz schön... Ich hab ganz schön zugelegt jetzt durch den Hotling. Das war, glaub ich, nicht gut. So Junkfood-technisch. Eieiei. Der war ja nicht dick. Der hat ja nur eine dicke Wummer auf dem Rücken. Naja, aber das landet ja natürlich direkt wieder auf den Hüften. Du kennst ja, wie das ist. Ja, pump, instant, sofort. Instant fett. So viel Eisen, wie die Kanone hatte, ist bestimmt auch nicht gesund. Jetzt wird mein Kot wahrscheinlich ein bisschen schwarz. Ist ja bei Eisen. Wenn der überhaupt noch rauskommt. Nein! Ich würde schon gut... Oh, guck mal, hier... Oh. Oh, Pöppelmänner. Pöppel-wat? Pöppelmänner. Der hat mich umgepömpelt. Der wird ihn erst mal weggefressen. Au, 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 au. Honey stirbt. Honey stirbt. Honey stirbt. Kannst du... Der alte Noob. Guck, da ist... Oh, wo bist du denn? Ich vergesse immer wieder, dass ich die Sonnenblume bin und dass ich ja Squishy bin. Squishy Sunflower ist die... Alter, dieser Zombie, hör mal auf, da uns zu rutschen. Ey, das ist voll schlimm, wenn die da so am Rumrutschen sind. Oh, hier, nimm das und dich esse ich auf. Oder so. Hallo, danke. Das schießt auf mich, da. Das ist Zeitungs. Ah, wo? Ah. Was? Selbstmordern? Alter, wo ist der jetzt hin? Da ist er. Das ist diese Soldaten, ne? Die Trollen. Die Trollen. Ja, die springen ja immer durch die Gegend. Ja. Soldaten hüpfen hier und dort und überall. Oh, Bonus-Gag. Jetzt habe ich die meisten Abschüsse. Ich bin der Heiland-Team. Ja, siehst du mal, du warst aber auch schon einmal down. Noob. Zweimal. Eben, zweimal sogar. Zweimal down? Ja, süß da. Zum Beispiel Spielautomat. Geld, 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 Geld. Der Karibum ist übrigens Rudolf. Geld. Das ist. Oh, juhu. Geld. Oh, das wird dreimal Geld. Ja. Ich sage es dir, das wird dreimal Geld. Yes. Mann. Jetzt noch drei Diamanten, bitte. Oh, ja. Und dann geht der Automat kaputt. Oh, Geld, Geld. Voll gut. Ja, der ist okay, ist gut, ist gut. Ist okay. Oh, so knapp. Oh, fast, was gewinnt der? Dieser Yeti hat echt schade. Aber wir haben sehr viel Money bekommen. Ja, Money, Money, Money. Ich glaube, das waren 3000 Münzen jetzt, ne? Genau, wir haben es echt verdient. Aber wir kommen ja auch eine große Welle mit vielen Pömpeln. Hier ist der Yeti. Oh, da steht er, du. Ach, ich weiß. Au. Guck mal, ob ich den Yeti einfrieren kann. Ich glaube nicht. Nee. Ich fackel den ab, einfach. Das ist eine bessere. Ich versuche mich mal um den Kleinkram ein bisschen zu kümmern, der hier... Oh, jetzt ist er so ein Pumpermann noch. Ja, den fress ich jetzt. Hast du gefuttert? Wunderbar. No, ich brauchte auch ohnehin Leben. Das hat also krass. Ah, ist der Disco-Zombie? Oh, hier ist der Disco-Zombie. Ich mag diese Zeitungsviecher nicht. Der Disco-Zombie ist für mich scheiße. Au. Ich will eure Bild-Zeitung nicht. No Bild-Zeitung for Honeyball, please. Hi. Hi. Oh, ja, da kommt der Mr. Iceman. Wenn du mal... Kannst du wieder da rauskommen? Nein, bleib doch mal. Bleib doch mal stehen, Bitch. Oh, den wollte ich essen. Oh, dann kann ich erst mal nichts tun. Au, nein. Yay. Sehr gut. Und da hinten... Der Disco-Lega hat sich erledigt. Wieso ist der... Oh. Oh, shit. Wieso ist der auf einmal hier gewesen? Wow. Ja, du weißt doch, der chart ist so abartig schnell. Ja, aber der war schon ganz woanders. Ach, keine Ahnung. Hast du den Hüftschwung von dem? Geil. Ja, ich war auch gerade ein bisschen verliebt. Ein bisschen. Aber noch ein bisschen. Naja, du hast immer noch den besseren Hüftschwung. Wollte ich doch sagen. Oh, la, la. Er, der ließe. Komm mal. Moms. Du machst das super mit dem Garten. Super, mach weiter so. Ja, ja, ja. Wenn das nicht perfekt wird, wenn das nicht perfekt wird, dann bist du schuld. Ja, genau. Ja, bist du ja auch. Nee, nee, nee. Der letzte Zombie hat da gestanden. Perfekte Welle. Wuschel ist schuld. Yay, da bin ich doch gerne schuld. Was packt man denn hier in? So ein Karibum oder was? Ja, genau. Jo. Karibumatiker. Das sieht eklig aus. Ja. Trifon lässt sich wieder besteigen. Ähm. Und Franz immer doch. Echt mal Premium-Pflanzen und so. So, was haben wir denn? Schneepilz. Oh, da kommt ja richtig was angeplatscht. Fuck. Aha, jetzt kommen sie mit ihren blöden Screendoor-Shields. Oh. Und ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Oh, ich bin, ich bin tot. Ich bin Mama. Ja? Glaub ich. Was bist du denn? Wissenschaftler. Ich bin im Fluss. Da waren Wissenschaftler. Die haben, da habe ich über... Ach, ich sehe nicht. Ich kann mich auch wiederbeleben. 50 Sekunden. Ich laufe Trieb. Vier. Drei. Zwei. Hey. Oh Gott. Dankeschön. Das war tatsächlich im letzten Moment. Ja, ich zögere das halt gern raus. Anders als ich. Ich gebe lieber direkt Vollgas. Das kann auch schön sein. Mhm. Was heißt, es kann schön sein? Du weißt es doch. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich verlass. Okay, okay. Oh, Wissenschaftler. Da ist was noch gar. Game Fictions. Na du? Mhm. Moms. Diese Meeresbiologen, ne? Also sowas Asoziales würde ich nie spielen. Natürlich nicht. Nein, Meeresbiologen. Nein. Niemals. Alles, niemals. Das Spiel nämlich nur... Hier, ich glaube, ist es korrekt. Das ist keine perfekte Welle und das ist die Schuld von Franz, weil Franz war tot. Äh, Hanni war auch tot. Möchte ich kurz mal meinen. Und wo warst du, bitteschön? Am Garten und ich habe das weggeklatscht, was hier war. Ja, und deswegen war es nämlich eine perfekte Welle, ne? Ja, wo warst du denn? Im Fluss. Im Fluss war ich. Hat er geplanscht, ne? Hat er mit seinem Schwimmreifen gespielt, Mann? Das war schön. Er darf da gar nicht schreien. Ist ja wieder an seiner Wasserschlange rumgespielt. Hört mal auf, mich zu... Alter! Warte, ich esse jetzt... Du kaufst noch, ne? Schluck mal runter. Ja, naja, das ist nicht so leicht hier. Ach ja, jetzt auf einmal, ja? Ja, das... Du möchtest... Man muss sich erstmal überwinden, das runterzuschlucken. Ach, schön. Ja, ich esse jetzt hier den Sarg. Ich sehe es nicht mehr, weil ich bin irgendwie aus dem Bild gesprungen. Wow, wow, da ist ja mal hier auch wirklich gerade richtig übelst geflogen. Ah, iiih, Dekolleté, Dekolleté, geh mal weg mit deinem komischen Arsch. Ja, das war's am Yatum. Dann mach es weg. Jetzt nicht mehr. Ja, ich arbeite da dran, stress mich nicht. Du und arbeiten, ich glaub's hackt. Da krieg ich Pickel, wenn du das machst. Ja, auch. Gleich Ausschlag, instant. Ja, richtig. Meins. Leckeres Sack. Ja. Mach den weg. Drehvion. Drehvion. Warum ich es denn erleben? Hallo. Erstmal nachladen. Erstmal nimmst du. Es soll ganz ruhig jetzt alle. Ich muss jetzt nachladen. Oh. Der hat mir die Dose direkt an den Kopf geworfen. Boah, du, ne? Ich vergehe mich an deiner Leiche. Stell dir mal vor, der wollte ernsthaft irgendwie was reißen, ja? Irgendwie die Granate werfen und pochte dir das voll gegen den Kopf. Und dann fällt es weg. Bung. Lass dich nicht K.o. schlagen. Also hier, ne? Das kann Bescheid, ne? Überleben. Ach. Ja, 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 kann ich, kann ich, gar nicht. Versteckt mich dann irgendwo. Ich war auf dem Schiff. Diesmal ist ja dieses Nicht-Uns-Sicht drin. Ah, ah, ah. Vorsicht, das sind die Teleport. Übernacht der Teleport. Die haben Pizza auf den Augen. Was? Oh, Pizza. Oh. Boah, jetzt. Die sind auch mega hungrig, hab ich gehört. Die sind voll greedy. Oh, oh, shit. Aber sind die, sind die tatsächlich einfach hungrig, weil, weil die Pizza vor den Augen haben? Das weiß ich nicht, aber ich... Oder ist das auch hungrig, wenn ich Pizza vor den Augen hätte? Ganz ehrlich, einfach nur, wenn man Pizza erwähnt, bin ich hungrig. Ich würde die essen, wenn ich die vor den Augen hätte. Oh, Pizza. Oh, da hinten kommt richtig was. Scheiße. Oh. Ich will keine Scheiße. Au, au, au. Okay, sie gehen alle auf die Brücke. Sie sind alle auf der Brücke. Spreng die Brücke. Spreng die Brücke. Spreng private Ryan. Oh, Spoiler. Spoiler alert. Oh Mann, kann ich mal betreffen. So, was bist du jetzt eigentlich für eine Pfeife? Schau mal, wo du lebst. Au. Oh, komm, jetzt nicht mehr viel jetzt. Oh, Franz. 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 Nein. Null Flut. Nein, alles gut. Ich esse einen dicken Bauarbeiter, dann wird alles gut. Ich bin verwundet. Wunderbar. Furchteinander. Wir haben es geschafft. Ich schreile dich. Lass dich von meinem Regenburgstrahl befüllen. Oh, danke schön. All the love. Yay. Hier, dafür setze ich ein Leo-Löwenherz. in den Boden. Oh, schön. Ohana heißt Familia. Familia heißt, dass alle zusammenhalten. What the fuck? Au, au, au. Was geht denn hier ab? Wo kommen die denn alle her? Ich weiß nicht, ich esse jetzt aber einen. Den da, komm her. Ich sehe das nicht mehr. Ich brauche meine Heilsnummer. Klauschen. Schade, meine taktischen Pfeiftöne haben wir. Die haben wir nicht getötet. Meinst du, wir sollen in den Garten zurückkommen? Ach, Garten. Nö, musst du nicht unbedingt. Ja, ich heile meine... Mh, dieses Klohäuschen war so köstlich. War gut besetzt, ja. War gut besetzt, ja. Hatte auf jeden Fall das ein oder andere Geschenk. War so ein Bauarbeiter drin wahrscheinlich. Das Feuerchen. War so ein Zombie die ganze Zeit hinter dir hält. Echt? Ach so. Hatte ich mich hier gesehen. Hier ist dezent Ink am Garten. Ja, der sollte. Ich merke das schon hier. Wen denn hier kommt. Aber ich muss erstmal nach. Hier ist doch nichts passiert. Immer diese Panikmache. Held. Held. Nichts abgekriegt. Hold the money. Wieder nichts abgekriegt. Ja, wer nix verdient, der kriegt halt nix. Ich brauche auch gar nichts. Ich habe nämlich schon eine fette Krone. Ich bin nämlich König von Dracula Wesenhausen. Ist klar. Ja. Ich habe auch eine Krone. Stadtteil Bling Bling. Was? Du hast Lollis auf dem Kopf. Ich habe eine Krone. Das sieht eher so aus, als wärst du in einer Nervenheilanstaltung. Jemand hätte dir die Kappe aufgesetzt und dann Elektrostöße dadurch. Oh nö, nicht der Vampire. Alter, wir sind so gefickt, ne? Guckt euch die. Krone. Du und deine Krone. Da ist er. Hallo. Oh, ich. Daneben. Ja, das passiert manchmal. Richtet das wenigstens Schaden an, wenn ich ihn versuche zu essen. Du kannst. Nee, aber du. Nee. Nee. Was? Nee. Footballer. Ich habe hier so ein paar Footballer. Komm, lass uns den Dicken zu essen. Oh, ich muss weg. Viel Spaß, Trifion. Ja, das ist, danke. Wow, wow. Vielleicht mich erstmal, hi. Hi. Das hat sich, das ist... Oh, ein bisschen Heil rüber jetzt. Ich komme. Warte. Ah. Oh, verdammt. Oh, hi. Ja, ich spüre es. Oh, Elektroshocks. Geil, da stehe ich drauf. Oh, yeah. Au, 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 au. Ich spüre Heilblume. Wow, was war das denn? Mayday, Mayday, was war ich hier im Garten? Laser, bitch. Oh, du hast zwei Lebenspunkte. Ah, mir geht's gut. Mir geht's gut. So, den Dicken tötte ich jetzt. Da? Hier ist auch bei mir. Der ist tot. Okay, das hätten wir schon mal... Die sieht... Oh. Der hat sich geporstet. Pipapapalettepus. Pipapapapapap. Da ist er. Oh, ich hab ihn... Ich hab ihn geslimt. Du hast ihn eingeschleimt. Das ist gut. Dann schieß doch, Arschloch. Entschuldigung, das darf man ja nicht sagen im öffentlich-rechtlichen YouTube. Ich möchte auch nicht, dass das Arschloch schießt. Also, ganz ehrlich. Bei so einem Strahl, da muss einiges passieren. Ja. Bei Binding of Ice ist das schon. Was anderes. Ja, vor allen Dingen, weil die schießen da Blut. Das ist... Aus dem Arsch. Geil, das macht's natürlich viel, viel besser. Richtig. Da weiß man wenigstens gleich, was die vorher so gemacht haben, ne? Ich will jetzt erstmal Heilung. So, der Dracula-Typ ist fast tot. Warum hab ich jetzt Kaktus gedacht? Egal. Komm, noch hier ist die. Oh, oh, da ist der Jedi. Wir müssen die kleinen Küche erstmal irgendwie platt kriegen. Ja. Die machen sich selbst. Gut. Hallo. Nein, warte. Wieso laufen die weg von mir? Ich bin nicht so hässlich. Ja. Oh. Nein, das ist, weil du gefährlich bist. Das liegt an deinem Geruch. Ihr lügt mich doch an. Bist nicht hässlich, du stinkst. Genau. Ist doch ein guter Gang, was du dagegen machen. War das nicht bei Spongebob? Richtig. Wir sind nicht hässlich. Wir stinken. Wir stinken. Wir stinken. Oh, Hanni ist tot. Ja, ich belebe mich dann mal selber wieder bei Letzte Welle. Oh, naaah. Ja, direkt neben dem Fetty wieder. Ich, ich ess den, ich ess den Typen auf. Der hat mich eingefroren. Der hat gerade sein Baby dahin geworfen. Hast du das gesehen? Voll hässlich. Ja, Babys wirft man doch, oder? Wow, 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 wow. Also bei uns, bei uns im Osten wirft man entweder die Babys oder tut die in die, äh, gefriert. Er macht beides, möchte ich mal ganz, ganz, ganz deutlich dabei betonen. Wir machen beides. Naja, guck dir mal den Yeti, der entfriert die ein und die, okay. Ja. Die Zombies sind echt voll asozial. Oh, Bonusgrad verteidigt. Der scheint nicht zu stöhnen. Wie sind die mutieren Indianer? Weil er hat seine Schlüssel verloren. Das kann noch nicht wahr sein. Was? Ernsthaft? Ja. Jetzt müssen wir... Attacke. Das ist ganz hinten, oder? Ja. Das ist ganz hinten. Yo, läuft bei uns, wortwörtlich. Ey. Das ist der Dice. Ich muss mal auf dem Weg alles töten hier. An Trefion vorbei. Oh nein, Trefion hat mich rausgeholt. Bist du vollgeschlagen? Nein. Erste. Ah, zweifach. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wenn ihr auch erster wart, schreibt es doch einfach unter das Video. Richtig. Ähm. Ich würde gerne, ich würde gerne da den Lasern. Wollen wir noch den, den, äh... Ja, ich laser gerade voll auf den... Ja, dann machst du das. ...dings tot. Dann kümmere ich mich drum, dass hier der Typ hier stirbt. Oh, direkt neben uns ist wieder so ein Friedhof, glaube ich. Grabstein. Ah, aber das ist hinter der Mauer. Ah, ah! Uh, wow, 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 wow. Kann jemand die Mauer kaputt machen? Nee, ne? Nee. So, das ist, das ist nicht ganz so Battlefield-Open... Oh, was soll ich denn mal da weg? Oh, voll ätzend. Oh, 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 vier Lebenspunkte, ein Lebenspunkt. Oh, lame, ey. Ne, was? Battlefield vor allen Dingen. Bittelfield. Oh, boah, ey. So, ihr habt Spaß. Kommt doch bestimmt, wer hier so ein Dickie angerannt hat. Das letzte Mal auch. Das hat er hier so mit in den Garten. Das passiert doch immer. Oh, auch noch? Oh, da hinten. Oh, nur noch zehn Sekunden. Anlehnzeiten. Ich will nicht auf diesen Kaktus. Nell, mach noch die Gartengarnitur kaputt. Und unsere Kakteen-Freunde. Ach, schreck. Schreck. Tschüss. Ach, Gott sei Dank. Das war sehr Erfolg. Wir sind ab, das ist wenig reingekommen. Also wir haben auch mal... Ja, klar. Du hast es gut verteilt. Das ist tatsächlich Wuschel zu verdanken. Ja. Die hat nämlich am Garten gecampt. Alles weggerockt. Das war ein Liebescampen. Kämpfen ist für mich aber kein netter Aussage. Kämpfen ist für mich Abfall. Wie Kämpften ist für dich Abfall. Er ist voll die schöne Stadt. Das hast du dir jetzt gesagt. Ich möchte beide Aussagen unterstreichen. Ich möchte mal wählen, dass ich geheilt habe und die meisten Abschüsse, ja? Und am meisten tot war. War sie das? Ja, ist alles gut. Alles schön. So, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Garden Warfare Lens vs. Zombies Garden Dings Teuch. Ist das nicht Wurms? Ist das nicht Wurms? Ich habe das ganz falsch gespielt. Wir spielen gar kein Minecraft. Ach so. Oh Mann. Ich habe mich schon gefragt, warum ich stelle dich. Ja, okay. Alles normal. Alles normal. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.